Willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. So ich bin hier immer noch im Unterstand. Und ich dröte schon wieder so ein wahnsinniger. Bin immer spannend, ob mal jemand kommt. Ich glaube die andere Mission ist was anderes, oder? Ja, die Maisfelder. Naja, wir wollen ja das hier machen. Das ist besser hier. Machen wir mal das andere Ding. Der hat ein besser Glück. Das blöde ist halt, ich muss das vor dem Hochsitz machen, sonst bringt das nichts. Ich glaube, ich habe schon alle verschreckt. Was war das jetzt? Was hat gerade geklackert? Nicht, dass hier gleich der Hochsitz hier zusammenfällt. Boah, das blendet jetzt auch noch. Hm. Ich glaube die haben keinen Bock mehr. Jetzt wieder zurück laufen ist ja auch blöd, ne? Das ist ja Jagdgebäude. Achso, ein Tarnzelt ist das. Achso. Tarnzelt. Ja, ist das schon fertig, oder was? Ne, das ist nicht fertig. Ne, da will ich auch nicht hin. Achso, da hinten ist das Bedürfnisgebiet von Wiesent. Aha. Ja. Bedürfnisgebiet Re. Wie? Ne, sag ich das? All right. I've have some tracks in that area earlier this morning. Hold on. I'll send the coordinates. jetzt schreckt mir doch immer die dritte ich bin auch mal komplett still weil ich möchte hören dass ich hier irgendwie schritte höre oder so nicht dass er was verpasse ja man muss so geduld haben irgendwann kommt die schon nur nicht zu übermütig ich glaube es auf jeden fall hier stehen weil sonst ist ja quatsch das ist der unterkunft ja jetzt wollen wir nicht dass er mehr nix ich bleibe schön hier stehen aber jetzt kann man schön was sehen jetzt blendet es nicht so ja genau vielleicht noch mal will keiner kommen aber beides machen mal gucken vielleicht sieht man ja alles ruhig und still diese grillen nerven auch oder was ist es oder was es gibt nicht auf steht da unten was war ich guck mal da ist ein baum nur ein busch die holzäge regt mich auf nichts zu sehen und nichts zu hören ich glaube wir werden in dieser folge kein blick haben dass hier irgendwas kommt manchmal kommen ja die sachen wenn man nicht drauf wartet nichts ist da nichts ist da aber die roter blättert die bewegen sich ein bisschen 3 8 und wir haben nichts auf die kette gekriegt vielleicht noch mal einsprühen noch mal drüten so ich glaube das sollte genügen kommt einfach keiner ich habe die schon alle verschreckt ich traue sie nicht mehr das ist das heute das klingt wie ein hubschrauber ach gott ich glaube den da drüben den ich hier gesehen habe dann hätte ich nicht gleich erledigen sollen erst mal ein bisschen anlocken das wäre glaube ich gescheiter da will kreiner hm buch nun stehe ich da ok wir müssen noch mal drüten das hilft nichts hilft nichts also wenn das jetzt dann wieder nicht klappt da muss ich mir was einfallen lassen wie ich das beim nächsten mal anstelle aber manchmal passiert es ja wenn man nicht daran denkt hm 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 das ist ja bloß es regnet gleich wieder da kommen schon wieder wolken trüpfel oder nee ich fand das hier schon da schweig ja das ist nicht sicher nicht nicht vielleicht ja nicht ja das blöde sich muss es vom hofsatz machen sonst zählt es nicht und zwar schon längst losgegangen das ist halt blöd naja stets von einem hochsitz das kann ja noch was werden wie weit bin ich eigentlich von dem von dem anderen weg das war doch hier oder das war hier irgendwo hier hat man ja noch zwei fragezeichen zum abklappern wie weit ist es 458 kommen wir machen das jetzt hier geht es dahin was soll es kommt ihr keiner mehr ich glaube das müssen wir beim nächsten mal versuchen schauen wir mal was das ist hier ja jetzt kommt einer jetzt sollte rum rennen wir zurück das gibt es doch nicht er verarscht mich doch ok nochmal kann man jetzt anlocken kommt jetzt mal ja sehr schlimm so bleibt jetzt mal geduckt also also wir machen es falsch haben wir doch noch was jetzt schaffen wir es doch noch na komm her du warst du gerade hinten wer weiß was da gerade ist der kann ja von überall kommen das ist ja bescheuert ok machen wir den wegpunkt weg kriegt ja nix jetzt kommt doch mal her jetzt ok verbringt doch die ganze zeit hier losfahren loslaufen können nochmal das ist doch der wahnsinn also wir hätten ja eigentlich gucken sollen wie der geschrien hat hier chronik werktprofil tiere verschreckt durch geräusche 567 stück alles klar gemein ich bin ja nicht tot ich bin doch nicht tot gewesen das ist auch schon mal was Kanada Gans gibt es hier auch ja ich glaube ich glaube das war es mit dreh ich tritt mal das letzte mal dann laufen wir hin machen wir doch hier jetzt dem affen entweder da kommt jetzt oder nicht können wir gerne noch mal das andere machen so so jetzt warte mal ein bisschen hier das wird nix okay wir laufen jetzt hin schluss sehr peinlich hier wenn ich jetzt wieder schreit jetzt ist zu spät jetzt machen wir mal was das fragezeichen da ist und das andere und dann machen wir schluss jetzt setzen wir hier über den hügel guck mal wo wir da rauskommen jetzt nicht abrutschen hier kann ich jetzt nicht gebrauchen so naja ich merke schon das spiel wird nicht einfach da vorne da vorne da vorne läuft was schnell gucken da war sogar was schon hier sind da in der ecke war was ich habe es gesehen brumpf schreien re naja dann erledigen wir jetzt sowas was soll's kommt schon das war doch ein kopf schreit kommt schon wie kann ich mich nochmal hinlegen so ok vielleicht in einem gebüsch verstecken ich glaube der kommt trotzdem nicht das ist fast unmöglich hier hier hat man auch eine gute aussicht auf alles aber nee das wird nix das wird nix was das ja wie sind oh gott die kann ich jetzt nicht gebrauchen ja schade das hat jetzt hier nicht geklappt ich wurde hier ziemlich verarscht von den tieren es wird einfach nix ok ich würde was sagen wir machen in der nächsten folge weiter hier bei der hunter das ist eigentlich nur peinlich hoch 10 na gut dann bis zum nächsten mal und dann gucken wir mal ob wir da mehr glück haben bis dann tschüss bis zum nächsten mal � reference es ist das das ist es